Okay, um anziehen. Sehr gut. Oh, sieh mal, das ist deine Mom. Nein. Gott, wie unerbittlich. Ich bin dann mal weg. Grüß deine Mutter. Mom. Wir sollten reden. Nein, nein, Mom, ich will jetzt nicht. Das ist wieder mal hingefallen. Er liegt auf dem Boden und kann nicht aufstehen. Was? Er liegt bequem da. Ich hab mich neben das Sofa gesetzt. Meine Abby, du kennst mich besser als jeder andere auf dieser Welt. Du kennst mich besser als deine Mutter. Ich ruf die Agentur für Pflegekräfte an. Ich muss schon wieder einen Feuer. Nein, Mom, was ist denn geschehen? Er gab deinem Vater Marihuana in Form von Gummibärchen. Verdammt. Mom, er war ein richtig guter Pfleger. Guten Morgen. Hi, komm rein. Hallo, Muskelmaten. Auch hallo, ich bin Jay, der Gärtner. Ich könnte hier auch etwas Hilfe bei der Gartengestaltung gebrauchen. Mein Gott, ich möchte sterben. Was macht die Arbeit? Läuft. Ich fühl mich schwach. Ich bin sie übrigens, Abigail Frey. Mein Dad stirbt. Und meine Mom? Sein Chiropraktiker meint, dass möglicherweise Meditation helfen könnte. Hast du deinem Bruder von mir erzählt? Jutsch, das ist ihm scheißegal. Mar? Ich glaube, wir sollten Hallo sagen. Hast du ein bisschen zugenommen? Wie stellst du dir das vor? Abby, du musst zusehen, dass du da rauskommst. Hey, was gibt's? Ich wollte wegen Dad mit dir reden. Oh. Es könnte das letzte Mal sein, dass du ihn siehst. Ja, ich verstehe das. Meines Erachtens ist dein Leben geprägt von Emotionen. Ja. Ja, so bin ich. Mar hätte dich nicht allein lassen dürfen. Nein, nein, sei nicht so hart. Sie bemüht sich wirklich um mich. Hast du ihr das gesagt? Ich konnte ihr das nicht sagen. Jetzt hast du's ihr gesagt. Ja, ich weiß nicht so hart.